Musik Na, den Burschen werde ich jetzt abhängen. Ja, ist denn das die Möglichkeit? Dem werde ich es jetzt zeigen. Wollen doch mal sehen. Ach, entschuldigen Sie bitte, können Sie mir nicht sagen, wie ich den ersten Gang wieder herausbekomme? Danke, das genügt. Aber in unserem Luftspiel müssen wir mal ein bisschen übertreiben. Spaß muss sein. Ja, meine Damen und Herren, 180 Stundenkilometer fährt der Volkswagen natürlich nicht. Doch wir garantieren Ihnen, dass jeder Volkswagen, ganz gleich welche Ausführung, absolut autobahnfest ist und bei seinem bekannt niedrigen Verbrauch stundenlang höchste Reisedurchschnitte leistet. Probieren Sie es doch einmal selbst und wenden Sie sich gleich morgen an einen Ihrer Volkswagen-Händler. Musik Musik Musik